Hi liebe Chemiker, Heinzi hier. Wie ihr seht, uns geht es gut. Wir halten uns im Leutscher Holz fit und hoffen, dass es bald wieder losgeht. Ich wünsche euch und euren Familien alles, alles Gute, viel Gesundheit, bleibt stark, bleibt chemisch und wir sehen uns bald wieder in Leutsch. Bis dahin. Ciao.